Hallo, ich bin Kathi Hummels und ihr seid hier mit mir am Set, weil wir shooten nämlich heute für mein wunderbares Kochbuch das Zuckerfrei-Kochbuch für Kinder. Einfach, lecker und gesund. In dem Buch erwartet euch eine Kombination aus meinen Lieblingsrezepten mit ganz viel Kreativität, mit vielen Tipps auch für euch, weil ich habe die Erfahrung eben gemacht, dass mein Ludwig ein kleiner, schwerer Esser ist und man die Kinder hier und da ein bisschen austricksen kann und vor allem, wenn die ganze Familie dabei auch gut und gesund essen kann, macht es umso mehr Spaß. Pro Rezept gibt es auch immer ein Superfood. Ich bin auch ein absoluter Superfood-Fan. Wir haben ganz viele tolle Bilder gemacht, viele liebevolle Details eingearbeitet, dass ihr ganz viel Spaß habt beim Blättern, dass auch die Kinder Spaß haben. Für mich als Mama ist zuckerfreie Ernährung total wichtig, weil ich eben überzeugt davon bin, dass Zucker krank macht und es gibt wunderbare, viele alternative Süßungsmittel und die habe ich euch auch mal so ein bisschen aufgezeigt und deswegen bin ich ganz besonders stolz auf dieses Buch. Mein Name ist Dr. Antonia Gavazzini. Ich bin Kinderärztin und Kinderdiabetologin seit 20 Jahren. Wir haben zusammen das Zuckerfrei-Kochbuch für Kinder geschrieben und das ist mir ein großes Anliegen, denn wir haben ein zunehmendes Problem mit übergewichtigen Kindern heutzutage. Mein Name ist Christina Wiedemann. Ich bin Diplom-Ökotrophologin und ich finde es wichtig, dass zuckerfreie Ernährung nicht einfach heißt, dass man den Zucker weglässt, sondern dass man sich vielfältig und ausgewogen ernährt. Das heißt, dass die Hauptgerichte wirklich auch saisonal, regional und bunt zusammengesetzt sind. Mein Buch ist eigentlich für alle, die Lust am Kochen haben, die Lust haben, ihren Kindern spielerisch Ernährung beizubringen, auch vielleicht das ein oder andere Nahrungsmittel. Und ja, es ist eigentlich für jedermann, der Lust hat auf gutes Essen und der gerne gemeinsam mit der Familie isst. Ja und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem zuckerfreien Kochbuch für Kinder und ich hoffe, ihr werdet ganz, ganz lecker essen damit. Bis zum nächsten Mal.